Hallo, ich grüße euch. Hier haben wir Freispiel auf 1.20 beim Fruits Royale vs. Magic Bock. Ich bin in Bücher gekommen auf 1.20. Schauen wir uns mal an. Oh, das war ein Topsymbol. 19.20, naja. Das ist nicht der Hit, sag ich mal. Das war's. Schade. Da sind wir drin mit dem Crystal Ball auf 1 Euro. Dann schauen wir mal. Was haut denn für ein Symbol rein? Das Flashli. Das Flashli. Schauen wir mal, Freunde. Das Flashli. Die Streit. Die Streit. Die Streit. Das Flashli. und die Verlängerung um ein Fläschchen. Bonus. Ja 173, naja Freunde, haben wir mal lassen oder? Ein bisschen Spielkapital. Ja, wir schauen mal weiter. Ja, da bin ich wieder high. Auf 1,50. Books and Pearls sind wir drin. Schauen wir mal Leute. Der König. Schrei. 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 Musik Ja, 106 Euro Nehmen wir an Jo, bis zum nächsten Mal, Freunde Ich tue mal ein bisschen was zusammenstellen hier Ja, ihr Lieben, ich bin wieder da Weinverkauf auf 2 Euro Schauen wir doch, Giovanni Malfiet Musik 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 Und die Röcking-Fruits. Ah, 40 Cent. Ich habe sie nebenbei laufen lassen. Wir schauen mal weiter, was kommt. Bis zum nächsten Mal, kurzes Zwischenvideo reinbauen.